Was ist ein Lendenkissen? Ein Lendenkissen ist ein speziell entwickeltes Stützkissen, das den unteren Rücken zusätzlich stützt und so die Schmerzen im unteren Rücken lindert oder lindert, die durch längere Sitzphasen verstärkt werden. Typischerweise ist ein Lendenkissen konturiert, um sich der natürlichen Kurve des unteren Rückens im Sitzen anzupassen. Menschen mit Rückenschmerzen oder Muskelverspannungen können von der Verwendung eines Stützkissens am Schreibtisch, im Auto oder zu Hause profitieren. Diejenigen, die an einen Rollstuhl gebunden sind oder diesen regelmäßig benutzen, können auch von einem Lendenkissen profitieren. Ähnlich wie andere geformte Stützkissen ist ein Lendenkissen eher fest und stützend als matschig wie Standardkissen und Kissen. Das Ziel bei der Verwendung eines solchen Kissens besteht darin, eine ergonomische Unterstützung für einen Bereich des Körpers bereitzustellen, der durch eine längere Positionierung, wie ZB-Sitzen am Schreibtisch oder schlafen, belastet oder belastet werden kann. In einigen Fällen kann Personen, die aufgrund einer Krankheit oder Verletzung beträgerig sind, angewiesen werden, eine bestimmte Art von Stützkissen zu verwenden. Lendenkissen sind in erster Linie für Menschen gemacht, die Rückenschmerzen verspüren, wenn sie gezwungen sind, längere Zeit in einer Position zu sitzen. In vielen Apotheken und Sanitätshäusern können sie Lendenkissen und ähnliche Produkte erwerben. Einige Kissen sind keilförmig, während andere Kissenförmige Kissen sind, die beim Sitzen und Liegen tatsächlich Unterstützung bieten. Die Art des Kissens sollte auf Komfort und primären Einsatzort abgestimmt sein. Möglicherweise müssen sie einige testen, bevor sie einen für sie passenden finden. Denken sie daran, dass die meisten Menschen zwar für den Austausch nicht besonders teuer sind, aber für längere Zeit ein Lendenkissen kaufen. Stellen sie daher sicher, dass sie ein Kissen kaufen, das abwaschbar ist oder das einen abnehmbaren, waschbaren Bezug hat. Das Schöne an den verschiedenen Stützkissen ist, dass sie in verschiedenen Farben erhältlich sind. Sie können einen leicht mit ihrem Bürostuhl, Sessel oder Rollstuhl verbinden, um subtil zu sein. Der Preis für ein durchschnittliches Lendenkissen liegt bei 30 US-Dollar, kann aber je nach Hersteller und Typ etwas niedriger oder höher sein. Wenn sie spezielle Anforderungen an die Unterstützung der Lendenwirbelsäule haben, sollten sie mit ihrem Arzt, Chiropraktiker oder Physiotherapeuten über die beste Art von Unterstützungsprodukten für ihren Lebensstil sprechen.